Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, heute geht es darum, wie ich in einem Kundenprojekt einen Strato V-Server auf Debian 11 aktualisiert habe, von Debian 10 auf 11. Wobei jetzt hier Strato nicht irgendwie als Produktplatzierung, als Werbung, Anti-Werbung oder sonst was gedacht ist. Es ist halt beim Kunden einfach so, dass er einen Strato-Server hat. Und ja, viele von den Problemen oder beziehungsweise Gedanken, die ich dazu hatte, lassen sich natürlich auch auf V-Server bei anderen Hostern übertragen. Erstmal zur Ausgangslage. Also auf dem System war ein Debian 10 installiert mit einigen Server-Anwendungen, unter anderem Nextcloud, Mail-Server, also die Kombination aus Davcut und Postfix. Eine Apache ist da drauf für irgendwelche anderen kleineren Projekte. Dann ist da irgendwo auch eine MariaDB, also typischer LAMP-Stack ist drauf gewesen. Soll natürlich hinterher genauso weiterlaufen mit neueren Versionen bei den Software-Paketen und Nextcloud und Co. Ja, das war erstmal die ursprüngliche Ausgangslage. Dann bei den Hostern, also bei Strato und vielen anderen, gibt es quasi so diese Billig-Variante von Virtualisierung. Das ist keine richtige Virtualisierung, das ist mehr so wie Container. Dabei teilen sich alle virtuellen Maschinen, Container, wie auch immer man es nennen möchte, auf demselben Host, auch denselben Kernel. Also ihr könnt einen Kernel nicht aktualisieren. Ihr seid darauf angewiesen, dass der Hoster für euch hin und wieder mal einen neuen Kernel einspielt, damit Sicherheitslücken damit geschlossen werden oder andere Probleme damit geschlossen werden. Dann habe ich mir erstmal angeguckt, welche Kernel-Version überhaupt vorhanden ist. Das geht mit unname-a. Da gibt es dann hinterher so eine Ausgabe. Da steht erstmal, es ist ein Linux. Ja, mehr oder weniger ist es klar, dass es ein Linux-System ist. Dann kommt hier die Bezeichnung von dem System. Also jeder bekommt so einen übers Internet auflösbaren Host-Namen. H-irgendwie-Nummer-Blafasel.stratoserver.net. Das machen andere Hoster eben auch auf ihren Domains, Subdomains, wie auch immer. Dann haben wir eine Kernel-Version 4.9.0. Ja gut, die ist jetzt nun nicht mehr so top aktuell. Da ist natürlich die Frage, ob ich ein Debian 11 auf diesem alten Kernel überhaupt zum Laufen kriege oder ob ich die auf Debian 11 aktualisiere und in der funktioniert gar nichts mehr. Das will ich natürlich vermeiden. Dann gibt es noch ein paar weitere Angaben hier, wann das Ganze gebaut wurde. Und ja, ist aber jetzt nicht so großartig entscheidend. Also wichtig ist wirklich hier diese Angabe. Welcher Kernel läuft da drauf? Das wird höchstwahrscheinlich ein Angepasster sein, direkt von Strato oder vielleicht ist auch ein Virtuoso drunter. Keine Ahnung, ob es noch benutzt wird oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall 4.9.0 sollten wir uns merken. Dann natürlich die Frage, die ich schon hatte. Funktioniert ein Debian 11 überhaupt auf diesem schon so ein bisschen abgehangenen Körnel? Ja, das kriegt man mehr oder weniger gut raus. Wir haben eine Standard-C-Bibliothek, die GLIP-C, die von sehr vielen Anwendungen verwendet wird. Und wenn die nicht mit dem Körnel zusammenspielt, dann funktioniert halt gar nichts mehr. Dann fährt diese vierteile Maschine auch nicht mehr hoch. Also es gibt so eine Art Startvorgang, der relativ schnell funktioniert, der aber nicht so ist, als wenn man das jetzt in KVM ausführen würde. Aber dort wird auch schon die GLIP-C gebraucht. Und wenn jetzt die nicht mit dem vorhandenen Körnel zusammenspielt, dann fährt dieser Container, diese virtuelle Maschine auch nicht mehr richtig hoch, beziehungsweise dann haben wir es eigentlich kaputt gemacht. Dann müssen wir ein Backup einspielen und wahrscheinlich nach einem anderen Hoster suchen oder nach einem anderen Hosting-Paket. Dann kriegen wir das System nicht aktualisiert. Aber im Hinterkopf weiterhin behalten diese 4.9.0 Körnel-Version. Und jetzt habe ich mal geguckt, welche GLIP-C-Version auf einem DBN11-System vorhanden ist. Das habe ich auf meinem Arbeitsplatzrechner genommen. Und dort habe ich mit dpkg-s damit mehr Informationen über das Paket hier. GLIP-C 6, das ist das GLIP-C-Paket. Und vor allem D64 habe ich mir auflisten lassen. Da gibt es verschiedene Informationsspalten, wo alles Mögliche drinsteht. Unter anderem steht dort die Version von der Software, die wirklich drin ist. Und wir haben da die GLIP-C in der Version 2.3.1. Das müssen wir uns auch merken, beziehungsweise das brauchen wir eigentlich sofort wieder. Denn da ich es nicht weiß, wie das nun ist, auf welcher Version das Ganze noch funktioniert, auf welcher Körnel-Version, frag mal eine Suchmaschine. Und das habe ich gemacht. Ich habe jetzt nach LIP-C 2.3.1, Minimal Linux Kernel Version, habe ich mal gefragt. Und da bekomme ich mehrere Einträge, die mehr oder weniger hilfreich sind. Denn wichtig dabei ist ja, dass hier diese Version 2.3.1 und die Version 4.9.0 irgendwie drin auftaucht, beziehungsweise irgendwie im Kontext zueinander steht. Und da ich ja danach gefragt habe, welche die minimale Linux-Körnel-Version für diese LIP-C ist, habe ich da diesen Artikel zum Glück gefunden. Und dort steht in einem Absatz drin, man braucht einen Körnel 4.8. Das ist schon mal nicht schlecht. Da kann man erstmal so einen Versuch wagen, das zu aktualisieren, das System, ohne dass man komplett blind da reinläuft. Dieser Eintrag bezieht sich allerdings auf einen Change-Log. Und da steht drin, dass es für die MIPS-Architektur ist. Das ist eine andere CPU-Architektur. Aber letztendlich sollte sowas unabhängig von der CPU-Architektur sein, auch wenn es in dem Zusammenhang genannt wurde. Und von daher habe ich gedacht, naja, gut, sieht erstmal relativ gut aus, kann man probieren, auch wenn es in dem Absatz zum MIT steht. Bevor man jetzt aber an solchen Systemen rumspielt, die Produktivsysteme sind, ist es ganz wichtig, dass man ein Backup davon macht. Da haben die meisten Hoster, wie Strato auch, in ihrer Web-Oberfläche, in der man ja Maschinen bestellen kann, Domains bestellen kann und alles Mögliche. Meistens auch noch eine Backup-Funktionalität mit drin. Die gibt es da eben auch. Aber wir waren uns nicht so 100% sicher, was damit abgedeckt ist. Also ob jetzt bei jedem Backup auch das Betriebssystem mitgesichert wird, also wirklich alles, was in diesem VM-Container oder was in der VM oder dem Container drin ist, mitgesichert wird, oder ob es sich bloß auf Daten wie Benutzerdaten, sowas wie Homeverzeichnisse, vielleicht ein paar Einstellungen und sowas bezieht. Von der Beschreibung dieser Backup-Funktion ist das überhaupt nicht ersichtlich. Man kann da rein interpretieren, was man möchte. Von daher haben wir über die Oberfläche so ein Backup anlegen lassen und ich habe mir einige wichtige Daten auch noch mal gesichert, die über das hinausgehen, was so ein normales Backup, unabhängig von dem, was Strato und Co. mitbringen, noch mit beinhalten sollte. Also dabei geht es denn darum, dass man auch regelmäßig seine Nutzdaten wirklich wegsichert, also vielleicht Mails wegsichert, wenn man die da drauf hat, oder auch von den ganzen anderen Dingen, wie eine selbstgebastelte Homepage zum Beispiel oder Datenbank, Dumps und dieses ganze Zeugs, dass man da noch mal ein externes Backup macht. Das hat der Kunde auch gemacht oder jedenfalls für alles, was ihm irgendwie wichtig war. Wenn wir jetzt komplett damit zu Bruch gegangen wären, mit dieser Aktualisierung, dann hätte man das System noch mal wieder hochziehen können. Entweder hoffentlich mit diesem Backup, wo alles mit drin ist, oder wenn es ganz blöd läuft, noch mal wieder das System komplett zurücksetzen, dann wieder das Debian 10 installieren und diese einzelnen Backups einspielen. Das macht wenig Spaß, aber kann man natürlich machen. Das ein bisschen blöde an der ganzen Sache ist, dass es bei Strato auch keine Möglichkeit, diese V-Server mit Debian 11 zu kriegen. Also bei Debian 10 ist dort Schluss. Wenn man Debian 11 haben möchte, muss man eine andere Art von Virtualisierung dort mieten. Aber wir wollten das versuchen, auf diesem V-Server soweit zum Laufen zu kriegen, das vorhanden hochzuziehen. Gut, ich bin wieder so ein bisschen abgeschweift. Von daher wieder zurück zum Thema. Damit ich noch ein paar weitere Dinge habe, mit denen ich leichter das System wiederherstellen kann, habe ich mir meine Dodger-Tools wieder genommen. Für Dinge, die in diesem Video noch kommen werden, brauchen wir die Dodger-Tools. Die Dodger-Tools sind eine über die Jahre stetig erweiterte Sammlung von Bash-Skripten und Debian-Paketen für eigentlich alle Linux, insbesondere Ubuntu, Debian, Linux Mint, Nutzer und Administratoren, die ich über verschiedene Jahre mal gemacht habe und wo ich mir einfach mal dachte, das ist praktisch auch für andere. Also ich habe diese einzelnen Skripte, die ich gebaut habe, immer für mich selbst benutzt. Und zum Teil habe ich die jetzt eben geöffnet und die findet ihr in den Dodger-Tools. Dabei sind zum Beispiel Werkzeuge zum Erstellen von Debian-Paketen und Paketquellen, Skripte zum automatisierten Aktualisieren von Servern, intelligentes Editieren von Dateien, so dass ihr dann sagen könnt, ja, wenn diese Zeile vorhanden ist, dann füge darauf folgend folgendes ein, wenn es noch nicht vorhanden ist und all solche Dinge. Damit das Ganze relativ einfach zu installieren ist, habe ich so ein Skript vorbereitet, was ihr eben runterladen könnt. Die URL steht auch da drin. Das ganze Skript ladet ihr nach TMP zum Beispiel herunter und dann mit WGET könnt ihr es eben über die URL runterladen und dann führt ihr dieses Skript mit Hut-Rechten aus. Damit werden ein paar Dinge eingerichtet, also der Signaturschlüssel wird importiert, damit auch überprüft wird, dass diese Pakete auch wirklich von mir kommen. Dann wird eine zusätzliche Paketquellenliste angelegt, damit über APT, das Paketverwaltungssystem von Debian und Ubuntu, diese Pakete, die es bei mir in diesem Dodger Tools Repository gibt, auch heruntergeladen werden können und das Hauptpaket Dodger Tools wird eben auch gleich noch mit installiert. Es gibt relativ viele einzelne Skripte in meinen Dodger Tools drin, die nenne ich hier Module und je nachdem, welche Module ihr davon benutzen möchtet oder was ich hier auch in diesem Video vorstelle, braucht ihr mehr oder weniger von diesen Abhängigkeiten, die in einem Modul nicht automatisch mit installiert werden. Wenn es in einem Modul zum Beispiel um Audiokompressionen geht, dann wird vielleicht der OGG-Encoder für das OGG-Audioformat benötigt und wenn ihr dieses Modul ausführt, dann werdet ihr eben darauf hingewiesen, dass dieser OGG-Encoder nicht installiert ist und dass das Skript deswegen nicht ausgeführt werden kann. Und wenn ihr jetzt einfach alles mit installieren wollt, dann macht das über apt-get install-y dodger-tools-install-suggests. Ja, genau, damit kriegt ihr wirklich alles mit. Da wird eine Menge bei sein, was ihr wahrscheinlich niemals benutzen werdet, aber dann habt ihr schon mal alles da. Oder ihr probiert die einzelnen Module aus und installiert per Hand halt die Abhängigkeiten. Und lege mir als erstes ein Sicherungsverzeichnis direkt auf dem Server an, unter TMP-Bug-Backup. Und dann lasse ich mir eine Liste mit geänderten Dateien anlegen, die unter ETC abgelegt sind. Viele von diesen Dateien, die unter ETC sind, die sind automatisch generiert durch Debian beziehungsweise durch Pakete, die ihr dort installiert. Diese Pakete enthalten normalerweise so ein Skriptteil, wo verschiedene Dinge ablaufen. Da können auch Konfigurationsdateien mit geändert werden. Oder einige Pakete bringen auch Konfigurationsdateien in so einem Standard mit, die dort unter ETC abgelegt werden. Und wenn ihr jetzt ihr oder der Administrator auf dem System Änderungen macht, direkt in den Dateien unter ETC, keine Ahnung, ETC, Apache 2, Blaphase, dann wird diese Standarddatei, die ihr als Ausgangsmaterial genommen habt, durch euch modifiziert. Und das System erkennt das auch. Von daher möchte ich so eine Liste mit den Dateien haben, die ich geändert habe, die der Kunde geändert hat. Und das mache ich über dt-back, also das ist Dodger Tools Kategorie Backup und das ist Changed ETC. Also damit guckt dieses Skript, was dahinter liegt, einmal durch, welche von diesen Konfigurationsdateien wurden durch mich oder den Administrator angelegt oder beziehungsweise geändert und schreibt die Liste in diese Datei hier. Das nächste, was ich sichere über dieses Kommando, ist die Liste der bereits installierten Pakete, also alle Debian-Pakete, die ich über apt installiert habe. Die stehen dort in einer Datenbank drin und über mein Skript hier kriege ich eine einfache Liste hinten raus, die ich dann in diese Datei hier umleite. Und was hier drin steht in dieser Textdatei, das kann ich apt wiedergeben, apt install und dann mache ich so den Pfeil in die andere Richtung, den Dateinamen hier und dann würden alle Pakete wiederum installiert werden, die hier als installiert auf dem System drauf wären. Das ist auch wieder so eine Notsituation, die ich damit umschiffen möchte. Wenn das System komplett ausfällt, wir müssen es zurücksetzen, dann habe ich die Liste mit den installierten Paketen und kann die einfach in einem Rutsch nochmal wieder neu installieren. Das nächste ist die DEP-CONF. Damit kann ich die Konfigurationsdatenbank von Debian exportieren. Da stehen Werte zu verschiedenen Paketen drin, vielleicht hier Document Root unter dem Apache oder ja, was weiß ich, was es noch alles gibt. Es gibt ja tausende, viele, viele tausende Pakete und die können alle Informationen in die DEP-CONF schreiben. Und über dieses DEP-CONF GetSelections kann ich das einfach rausschreiben. Das ist wie so ein SQL-Dump ungefähr, bloß für die DEP-CONF. Das kommt jetzt in die nächste Datei rein. Und dann sichere ich mir auch noch das ganze ETC-Verzeichnis, so wie es aktuell ist, vor der Aktualisierung. Und damit das Ganze ein bisschen schneller geht, nehme ich hier DT-Back-Parallel-TAR-XZ. Das verwendet eine spezielle Variante von dem XZ-Kompressor, der auf allen CPU-Kernen gleichzeitig läuft. Also wenn ihr jetzt zwei CPUs habt, geht es doppelt so schnell. Wenn ihr drei habt, drei und so weiter und so fort. Und damit sichere ich ETC in der Datei tmp-back-ecc und die Dateiendung tar.gz wird dort angehängt. Damit habe ich jetzt erstmal grob administrative Dinge gesichert. Zum Teil werde ich die eben auch noch brauchen. Ja, als nächstes geht es denn darum, die Aktualisierung vorzubereiten. Ich stoppe erstmal die beiden Teile vom Mail-Server, also DAFCAD und POSTFIX, damit keine Mails mehr angenommen werden, innerhalb von dieser Aktualisierungsphase, wo eventuell was schief geht. Von daher sollen da keine Mails mehr angenommen werden. Und natürlich ist es sinnvoll, kurz bevor man das hier macht, also das zweimal Stop, dass man da nochmal die Mails runterlädt mit POP3 zum Beispiel oder mit IMAP, damit man seine Mails lokal nochmal gespeichert hat für den Fall eines Falles. Als nächstes geht es denn darum, um den Distributionsnamen in der Paketquellen-Datei beziehungsweise den Dateien zu ändern. Die Version 10 von Debian heißt Buster und die Version 11 heißt Bullseye. Das sind immer Charaktere aus Toy Story. Also jede Debian-Version hat so einen Toy Story-Namen, also einen Charakter von Toy Story. Und das ist jetzt dieses Pferd irgendwie. Die Paketquellen-Listen-Dateien finden wir unter etc und apt. Da gibt es einmal direkt die Datei, die sources.list heißt, beziehungsweise es gibt viele weitere, die in diesem unterverzeichnet sources.list.d liegen. Und dort nehmen wir den Set, den Streaming Editor mit dem I. Da schreiben wir sofort in die einzelnen Dateien rein, die Änderung. Und hier haben wir ein Suchen-Ersetzen-Muster. Also Suche nach Buster, ersetze jedes Vorkommen durch Bullseye. Und dieses S ist der Parameter Search, also Suchen-Ersetzen. Und G heißt eben Global, auch mehrfach in einer Zeile, halt ersetzen. Genau, und mit "-e", sagt man eben noch, aha, hier kommt so ein Parameter, wie dieses Suchen-Ersetzen-Muster, oder es gibt auch andere Befehle bei Set, womit man denn Zeilen löschen kann, und so weiter und so fort. Genau, und nachdem das hier durchgelaufen ist, wurde in allen Dateien, also sources.list und den Dateien, die hier drunter liegen, das Buster durch Bullseye ersetzt. Dann gibt es noch ein paar Anpassungen, die an den Debian-Servern halt, ja, geändert wurden. Also die Struktur ist ein bisschen anders von den Paket-Quellen. Vor allem ist das hier Security-Bereich. Also alles, was vorher in der Sources-List drin war, bei so einem Debian 10 und Security enthält, das fliegt erstmal raus. Das ist der Parameter hier D für Delete, also lösche es, alle Zeilen, wo Security drin vorkommt. Und dafür wird stattdessen hier eine neue Zeile mit dieser Paket-Quellen-Liste eingetragen, die relativ lang ist. Das ist jetzt das Neue, von wo Pakete bezogen werden sollen, die in diesem Security-Bereich liegen. Dann kann es auch noch sein, dass man vielleicht vorher noch Paket-Quellen drin gehabt hat, die nur über HTTP verfügbar waren, also die unverschlüsselt waren, und die werden jetzt einfach hier mit HTTPS auf verschlüsselte Verbindungen umgesetzt. Ja, habt ihr vielleicht drin gehabt, habt ihr vielleicht nicht drin gehabt, es schadet nicht, das auszuführen. Damit haben wir es soweit erstmal vorbereitet. Ja, das Aktualisieren, das geht mit diesen einzelnen Befehlen. Ich mache das jetzt auch nicht wirklich ausführlich, denn das habe ich schon alles mal gezeigt. Das Ganze ist hier in dieser Folge mehr so ein Erfahrungsbericht, einmal aus der Praxis, dass ihr da vielleicht noch ein paar Sachen mit dazulernen, falls ihr vor demselben Problem steht, dass ihr da dann vielleicht guckt, wie ist das, und wenn ihr nochmal Details wissen wollt, guckt einfach dieses andere Video. Als erstes holen wir uns mit apt-get-update die Liste mit den verfügbaren neuen Paketen, also die aus Debian 11. Dann installieren wir noch Updates für Pakete, die schon installiert sind. Dabei werden aber noch keine neuen Pakete hinzugefügt. Und im nächsten Schritt mit dem apt-get-dist-upgrade dürfen auch neue Pakete hinzu installiert werden. Also wenn wir jetzt ein altes Paket haben, was eine zusätzliche Abhängigkeit in dem Debian 11 benötigt, dann würde das durch das Upgrade nicht hinzugefügt, also weil es zusätzliche Abhängigkeiten hat, würde nicht aktualisiert werden, bleibt also auf dem alten Stand. Aber durch das Dist-Upgrade dürfen zusätzliche Pakete hinzu installiert beziehungsweise auch wieder entfernt werden. Also das hier ist so eine Vorabsache, die man erstmal so machen sollte, um zu gucken, ob das schon irgendwie Probleme bereitet. Wenn es an der Stelle Probleme bereitet, sollte man auf jeden Fall sagen, nee, da mache ich erstmal nicht weiter, ich muss es analysieren. Wenn das gut durchgelaufen ist, dann kann man sich einen nächsten Schritt hier wagen. Wenn das jetzt auch alles gut durchgelaufen ist, kann man ein apt-get-auto-remove hinterher schieben. Damit werden nicht mehr benötigte Pakete auch entfernt. Das können zum Beispiel alte Kernel-Versionen sein, alte Kernel-Header-Versionen und ja auch Bibliotheken, die eventuell überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Damit wird man die Dinger los. Eigentlich gibt es keinen Grund, die mehr zu behalten. Es sei denn, man hat per Hand am Paketsystem, am apt-followi, irgendwie Software installiert. Entweder komplett per Hand oder mit irgendwelchen anderen Dingen, sodass diese Bibliotheken weiterhin benötigt werden. Aber das sind eigentlich Spezialsysteme, wo irgendjemand das eigentlich wissen sollte, was gebraucht wird. Und sowas sollte auch dokumentiert werden. Ansonsten kümmert sich apt für euch relativ gut darum. Wenn ihr bloß Pakete aus apt installiert, dann weiß apt, was noch gebraucht wird und was nicht. Ja, und wenn wir damit auch durch sind, können wir auch noch diese Debian-Paket-Dateien löschen. Denn die liegen in einem Verzeichnis drin, wo sie eigentlich überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Also die Software wurde aus diesen Dateien installiert. Und diese Installationsdateien bleiben weiterhin da. Eventuell für die Neuinstallation von demselben Paket. Sowas kommt eigentlich relativ selten vor. Man kann damit, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas komplett verkonfiguriert hat, dann kann man das Paket mit allen Konfigurationsdateien auch wieder entfernen lassen. Und dann installiert man das Paket halt nochmal auf dem selben System, so dass man wieder diese Standard-Konfiguration mitkriegt. Aber das ist eher ein... Ja, also bei mir kommt es eher selten vor. Also von daher hätte ich immer gern lieber den Speicherplatz wieder frei, indem diese Paket-Dateien gelöscht werden. Ja, Augen auf! Denn während der Aktualisierung fragt apt, ob ihr oder der Administrator Konfigurationsdateien geändert hat und ob die Dateien durch die neue Konfigurationsdatei aus dem Paket überschrieben werden soll oder ob so eine Konfigurationsdatei beibehalten werden soll. Das hat ja beides Vor- und Nachteile. Es kommt wieder komplett drauf an. Darum Augen auf dabei, um was es geht. Das kann sein, dass ihr ganz tolle Parameter in so eine Konfigurationsdatei eingebaut habt, die für euer System genau das bewirken, was wir haben wollt. Und wenn ihr jetzt die Konfigurationsdatei vom Paketbetreuer drüber bügelt, dann sind natürlich eure ganzen tollen Konfigurationswerte weg. Und ihr fangt wieder von vorne an. Dann fährt vielleicht die Datenbank nicht mehr hoch und es passieren schreckliche Dinge. Andersrum kann es natürlich sein, dass es eine neue Version von der Software gibt, zum Beispiel wiederum Datenbank, die ein anderes Konfigurationsdateiformat hat. Also es gibt neue Parameter, es gibt alte Parameter, sodass die mit eurer alten Version nicht mehr hochfährt. Das sind so die zwei Punkte. Oder in vielen Fällen ist es relativ unwichtig, die neueste Version zu haben, weil sich da nicht großartig was geändert hat. Manchmal ist es denn so, dass Kommentare in diesen Konfigurationsdateien sich geändert haben. Entweder ihr habt einen Kommentar dazu geschrieben, um das später nochmal wiederzufinden. Oder es hat sich in der Version von Paketbetreuer irgendwas in den Kommentarbereichen geändert. Also in diesen Fällen würde ich sagen, einmal drüber gucken, aha, ist es dasselbe, die haben vielleicht die Rechtschreibung korrigiert oder sowas. Nimm einfach immer das Neue mit. Wenn es keine zwingenden Gründe gibt, also wenn ihr da wirklich nichts großartig rumkonfiguriert habt, was erhaltenswert ist, dann nehmt am besten immer die Version vom Paketbetreuer. Ja, aber guckt euch das wirklich an. APT fragt bei jedem Mal, wo sich so eine Änderung oder wo ihr was per Hand geändert habt an der Konfigurationsdatei nach. Ja, da hat sich was geändert. Sollen wir jetzt die Version nehmen, die auf dem System drauf ist und die einfach beibehalten? Oder soll es durch die Version vom Paketbetreuer ersetzt werden? Man kann sich die Unterschiede anzeigen lassen. Da seht ihr dann sofort, aha, ich habe hier den folgenden Parameter anders konfiguriert oder es ist eigentlich total egal. Danach könnt ihr schon mal diese grundsätzliche Entscheidung treffen. Ich will das Neue oder ich will das Alte beibehalten. Das müsst ihr wirklich individuell für jedes Einzelne angucken beziehungsweise ihr könnt jemanden dafür mieten, so wie mich. Oder es gibt sehr viele, die sowas machen. Also von daher, macht immer eine Fallentscheidung. Wenn ihr euch jetzt dazu entschieden habt, die Version vom Paketbetreuer zu nehmen und ihr habt eigentlich noch Änderungswünsche. Habt ihr ja noch das Backup, was ihr vorher gemacht habt. Also hier, das habt ihr ja noch alles drin. Also diese ganzen Konfigurationsdateien aus ETC habt ihr ja noch. Und dann habe ich das an einigen Stellen so gemacht. Ich habe jetzt die Version vom Paketbetreuer einfach reinschreiben lassen. Das hätte nicht in allen Fällen so direkt funktioniert mit den Änderungen, die jetzt da drin sind, mit der zuvor installierten Software. Also von daher, ich müsste da sowieso noch nacharbeiten. Aber ich habe erstmal die Paketbetreuer-Version genommen. Dann habe ich mir auch notiert, wie dieser Dateiname von der jeweiligen Konfigurationsdatei ist. Und dann habe ich die durch Debian 11 neu eingerichtete Konfigurationsdatei genommen und mit meiner gesicherten Version verglichen. Und dann habe ich aus beiden Versionen eine gebaut. Also das meiste von dieser Paketbetreuer-Version habe ich genommen. Und dann habe ich die einzelnen Parameter, die ich wirklich noch brauche, aus der alten zurückportiert. Dafür habe ich Meld genommen. Das ist so ein grafisches Programm, mit dem man zwei oder drei Textdateien gleichzeitig anzeigen lassen kann. Und das rechnet einem die Unterschiede dabei raus, sodass man dann sehen kann, aha, in der Datei gibt es diese Zeile mehr oder in der anderen gibt es die denn mehr oder in der Zeile hat sich jetzt ein Buchstabe geändert und sowas. Und das kann man mit Meld sich anzeigen lassen und man kann dann Teile aus einer Datei in die andere übernehmen. Und so habe ich mir denn eine gemeinsame Konfigurationsdatei damit gebaut. Ja, natürlich muss man das Ganze hinterher auch testen. Nachdem man diese zusammengeführte Konfigurationsdatei gebaut hat, schmeißt man die natürlich wieder auf den Server drauf und versucht, die Serverdienste zu starten und guckt natürlich auch mal nach, ob das hinterher genau das macht, was man eigentlich möchte. Also ich habe mir dann angeguckt, ob die Nextcloud funktioniert und ja, sowas. Aber das kommt darauf an, was ihr auf dem System drauf habt. Ihr müsst es natürlich testen. Bei dem System ist mir aufgefallen, ein weiteres Verhalten, was ich vorher nicht gehabt habe. Ich habe verschiedene Systeme vor einiger Zeit schon mal hochgezogen auf DBN 11. Aber bei dem war es doch wieder irgendwie anders. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es war so, dass die Version 7.3 von dem PHP, was vorher unter DBN 10 noch Standard war, auf 7.4 hochgezogen wurde. Also es wurden neue Debian-Pakete installiert in der Version 7.4 und die alten auch entfernt. Aber dann fuhr der Apache nicht hoch. Bis ich dann gesehen habe, aha, es liegt daran, dass hier das PHP 7.3 weiterhin in Apache aktiv war als Modul und nicht mehr vorhanden war. Darum fuhr der Apache nicht hoch. Darum habe ich erst mal das alte Modul über A2, also Apache 2, DISS für Disable und MOD für Module deaktiviert. Und das Gegenstück ist A2, Apache 2, Enable und Module für die Version 7.4 wieder aktiviert. Und dann habe ich den Apache einmal neu gestartet. Ja, und dann lief auch unter anderem die Nextcloud wieder. Also das habe ich vorher noch nicht so gesehen. Aber falls ihr vor den Problemen steht und das Video gesehen habt, dann wisst ihr genau, was ihr machen müsst. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Das war jetzt eher ein kleineres Kundenprojekt, also nicht so andere Dinge, die ich hier auch mal vorgestellt habe. Aber wenn ihr vielleicht das erste Mal vor sowas steht, dann habt ihr schon mal gesehen, ja, irgendjemand hat das schon mal gemacht. Man kommt damit irgendwie ganz gut zur Rande, hat zwar so ein paar Dinge, die man eventuell beachten sollte, an die man vielleicht auch gar nicht so denkt. Also vorher ein bisschen gucken, Augen auf, ein bisschen Backup machen oder ja, alles, was eben dazu gehört, was man machen sollte, auf jeden Fall, bevor man System aktualisiert. Ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Glocke drücken und abonnieren. Bis dann und tschüss. und tschüss. Bis dann.